Ja, wir haben jetzt ja gerade die Session Lernen in Netzwerken besucht. Was waren denn für dich so die Key-Learnings daraus? Die Key-Learnings waren für mich, oder wo ich jetzt am meisten hängen geblieben bin, ist, dass wir zu Community-Managern werden müssen. Also, dass wir selber Experte werden müssen zum Lernen in Netzwerken. Und vor allem auch, dass wir es schaffen müssen, die Menschen anzutriggern, auch diese Tools zu benutzen oder es ihnen auch zeigen zu können oder sie dazu zu bewegen. Was wäre für dich ein erster Schritt, um Lernen in Netzwerken besser im Betrieb umsetzen zu können? Also für mich wäre immer ganz wichtig, dass man es tatsächlich erstmal selber machen muss. Im Moment bin ich, glaube ich, auch noch auf der Ebene, dass ich das alles weiß, dass es das alles gibt, dass man das alles machen kann. Aber ich glaube, dass ich es einem viel zu wenig selber mache. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich der Schritt, sich selber in Communities anzuschließen, sich anzugucken, was gibt es denn, einfach mal mitzumachen, um es dann natürlich auch viel besser letztendlich andere Leute rüberbringen zu können, was sie jetzt nutzen und so weiter ist. Also selber erstmal Erfahrung sammeln.